Die Zeitfühlung ist die sechste Fahrkampagne. Aber du wachst uns gar nicht mehr loslassen. Ich dürfe euch mal ein bisschen drüben. Darf deine Schwester oder wer wird anfangen, einmal einzig? Einzig, du kannst dich inzwischen da in die Ecke stellen. Dann kann ich hier schon mal ein Foto machen. Und ein bisschen Schwung rein. Und dann tauschen, die Ecken. Das brauchen Sie schon. Genau, so ein bisschen Schwung. Von vorne, genau. Sehr schön. Dankeschön. Hier haben wir auch ein schönes Ding mit Pastelltönen. Gold. Schöne Ornamenten. Und dazu einen wunderschönen Baumwollrock. Und die Schürze nimmt nochmal diese Ornamente mit den Blüten und dem Grün auf. Besonderes Highlight ist natürlich die schöne Borte, auch mit kleinen Stickereien und einem schönen Scheinchen. Nochmal hier bleiben. Der Mann trägt auch dieses Jahr gerne wieder Blau in einem schönen, schorschierenden Westen. Passend zur richtig toll gegärbten Lederhose mit braun und grüner Stickereien. Danke. Jetzt andere hier runter. Alle beide. Hier habe ich los. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.